Hier beim zweiten Teil schauen wir weiter. Wir müssen natürlich auch den Oktopus in die andere Richtung bewegen, hinauf und hinunter. Da sollen wir eben die Y-Richtung machen. Wir machen Copy V und machen jetzt eben Pfeil nach oben. Achtung, da brauchen wir hier jetzt aber die Y-Richtung. Wir nehmen Ändere, Y um 10. So, Copy V und für nach unten brauchen wir jetzt aber ein Minus. Deswegen geben wir hier ein Minus her, bestätigen und schauen was er macht und der Oktopus geht nach oben und unten. Wir brauchen eine zweite Figur natürlich auch. Schauen wir weiter. Wir sollen einen Star auswählen. Das machen wir auch gleich. Suchen wir einen Stern aus. Man kann natürlich alles andere auch nehmen. Da ist er schon, der Stern. Und dieser Stern braucht Befehle. Diese Befehle suchen wir uns gleich aus im nächsten Bild. Was soll er machen? Wenn wir das Spiel anklicken, soll dieser Stern einfach herumlaufen mit einer random zufälligen Position. Ansonsten wird er, wenn er das nicht versteht, umschalten auf Deutsch. Aber wir machen ja gleich weiter. Ereignisse Englisch. Wir nehmen den Anfang. Wir wollen forever. Forever müssen wir übersetzen. Die Übersetzung in der Steuerung. Wiederhole zehnmal. Nein, wiederhole fortlaufen. Immer. Und hineingeben sollen wir gleite eine Sekunde in einer Zufallsposition. Gehen wir in die Bewegung. Eine Sekunde. Gleite eine Sekunde. Da haben wir es schon. So. Und das sollte funktionieren. Schauen wir hinein. Ja, er gleitet schon. Weiter geht es dann im nächsten Video. Sonst selber weitermachen. Bis zum nächsten Mal.